Musik Willkommen zum philosophischen Boxenstopp, der Kick für den Kopf. Heute das Making-of. Wir haben jetzt ja einige Folgen, ihr Bildungsfernsehen für Anfänger gemacht. Ich habe als Moderator vor mich hin dilettiert und der Regisseur und Schauspieler Tom Müller, der heute hier auf der Bühne des Zehntauses in Wien mit mir zusammensitzt, war für die Technik verantwortlich und ich fand es spannend, mich mit ihm mal darüber zu unterhalten, was man denn tun muss, um halbwegs professionelle Videoclips produzieren zu können. Aber vielleicht, Tom, sagst du dir erstmal ein, zwei Worte zu deiner Person. Ja, gut. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich bin gelernter Schauspieler, habe auch lange im Beruf gearbeitet, kam parallel dazu auch sehr schnell an die Regie und mittlerweile spiele ich wenig, mache aber sehr, sehr viel Regie und schreibe auch Theaterstücke. Ja, vielen Dank, Tom. Wenn jetzt eine Volkshochschule auf dich zukäme und würde dich zunächst einmal fragen, ja, wir wollen so ein paar Videoclips produzieren, was brauche ich denn an technischer Voraussetzung und natürlich bei Volkshochschulen immer wichtig, was kostet uns das in etwa? Es kostet horrende Summen und was man braucht, ist eigentlich von technischer Seite her viel mehr als man denkt und viel weniger als man denkt. Hoffentlich wird die Antwort jetzt nicht zu lang. Eigentlich ist das Wichtigste, dass man irgendwas damit aussagen will, dass wenn man durch eine Kamera guckt und nachher kommt da irgendwas, was man zeigen will, dass da auch etwas ist, was man zeigen will, dass man sich selber was denkt dabei und das versucht zu verfolgen. Auf der anderen Seite, wo es wirklich schwierig wird, denn Ton ist immer sehr, sehr heikel aufzunehmen. Da muss man ein bisschen was in die Hand nehmen. Man kann vielleicht im Notfall mit einem iPhone oder mit einem Android-Handy Bildaufnahmen machen, aber Ton geht nicht. Also Ton muss man sich wirklich drum kümmern und extra aufnehmen, mit einem externen Mikrofon zumindest. Was muss man für ein gutes Mikrofon investieren? Das ist auch nicht so wild. Das sind einfach nochmal 100, 150 Euro extra. Und man hat noch ein Gerät mehr, das dann irgendwie aus dem Ruder laufen kann und das nicht richtig eingestellt ist. Das kommt immer erschwerend hinzu. Ja, aber ansonsten wäre es ja auch langweilig. Eine halbwegs passable Kamera. Was schätzt du, was musst du investieren? Also wenn es jetzt in Geld sein sollte, 400, 500 Euro reichen aus, um damit schon was zu machen. Ich hatte mal einen jungen Mann, der war Regieassistent beim Filmprojekt, hier beim Jugendfilm. Er zielte mir ganz stolz an seinem Gymnasium. Ich glaube, in Lörrach war das. Hatten sie Video-Equipment für 50.000 Euro. Boah, toll. Dann hat er mir gezeigt, was sie damit gemacht haben. Nämlich gar nichts, weil sie keinerlei Ideen hatten, was damit zu tun. Und dann haben sie da irgendwelche Boom-Bum-Filmchen gemacht mit rein vom Computer animierten Explosionen. Beim nächsten Mal dann noch zwei, drei mehr Explosionen. Und anschließend wussten sie gar nichts mehr damit anzufangen, weil kein Mensch ihnen gesagt hat, was kann man damit künstlerisch machen. Da braucht es dann entweder einen sehr engagierten, guten Lehrer, den das wirklich interessiert, viel, viel besser noch einen Fachmann, der mit den Jugendlichen oder dann auch an der Volkshochschule mit den Leuten arbeitet und sich was Künstlerisches dabei denkt. Weil sonst ist das ganz schnell vorbei, der Spaß am Filmen. Und das glaube ich auch. Was natürlich immer ein großes Thema ist, Thema Licht. Ich glaube, da halten sich die Investitionen in überschaubaren Grenzen. Oder sehe ich das richtig? Wir sitzen jetzt hier auf der hinteren Kamera. Sieht man, Sie haben mit zwei Kameras gearbeitet. Vor zwei kleinen Scheinwerfern aus dem Baumarkt. Und die funktionieren wunderbar. Die kosten 30 Euro pro Stück mit Stativ. Die kann man dann auch noch dimmen, wenn es sein soll. Man braucht nicht so wahnsinnig viel. Man muss das wollen und zeigen wollen. Also so viel zum Thema technische Voraussetzungen. Man braucht natürlich immer jemanden, der Technik bedienen kann. Das ist ganz klar die teuerste Technik. Und die beste Technik nutzt nichts, wenn ich niemanden habe, der diese Technik echt auch kompetent bedienen kann. Das scheint mir, glaube ich, der matchentscheidende Erfolgsfaktor zu sein bei diesem ganzen Geschehen. Ja, du hast eigentlich schon ein paar Worte gesagt. Ich habe mir hier mal das Stichwort notiert, Dramaturgie. Ich denke, auch ein Videoclip braucht eine gewisse Dramaturgie. Was sagst du als Regisseur zum Thema Wichtigkeit von dramaturgischen Aspekten, auch wenn es Bildungsvideos sind, wenn man so ein Video aufnimmt? Ich brauche trotzdem ganz klare Entscheidungen über meine Formensprache. Was will ich zeigen? Die Dinge, die wir hier so ganz natürlich runtergedreht haben, unterliegen trotzdem einer ganz klaren Bildsprache, die wir entwickelt haben, die ich entwickelt habe, auf der Zeit. Also man muss sich ganz genau etwas überlegen und vorstellen, das ist es, was ich zeigen will. Und man kann nicht einfach sagen, ich mache mal und wird schon was bei rauskommen. Ganz viel Denkarbeit, Liebe zum Detail und dann muss man überhaupt erst mal feststellen, was ist Dramaturgie überhaupt? Dramaturgie bedeutet, was passiert, wann und warum und wie? Und wenn man das nicht weiß, braucht man eigentlich die Kamera gar nicht erst einzuschalten, sondern muss erst diese Dinge klären für sich. Ganz wichtige Aspekte, wie ich finde. Jetzt ist ja nicht damit getan, dass man Material dreht. Dieses Material muss ja im Nachhinein bearbeitet werden, Postproduktion nennt ihr Fachleute. So nennen wir das, ja. Was braucht es dazu an Kompetenz, an Equipment, an Zeit? Auch wieder handelsübliche, fast jedes Computerprogramm heutzutage kann das leisten, was man dafür braucht. Full HD sollte sein und mit ordentlichem Ton. Und daran scheitert eigentlich gar nicht. Es scheitert wie immer wieder daran an dem Menschen, der da vor dem Computer sitzt. Und ich weiß noch, ich habe die ersten Dinge, die ich gemacht habe, beim Filmschnitt, und dann sehr schnell muss man auch Filmschneiden und Töne drunterlegen und hantiert dann an seinem Screen mit ganz, ganz vielen kleinen Schnipseln. Und das war zu Anfang höllisch für mich und mittlerweile bin ich darin recht versiert und es macht riesengroßen Spaß. Das heißt, üben, üben, üben und wie bei allem, wie bei allem, was mit Kunst zu tun hat, nach ungefähr zehn Jahren kann man es verhalten wenigstens. Wir haben jetzt ja so Clips gedreht, die so im Schnitt 15 Minuten waren. Wenn du jetzt so Filmmaterial mit nach Hause nimmst, am Schluss kommt ein 15-Minuten-Clip raus. Wie lange brauchst du in etwa für die Nachbearbeitung, für die Postproduktion dann? Selbst bei so einem einfachen Clip, aber dadurch, dass es schon zwei Kameras sind, dann habe ich zwei Bildspuren, zwei Tonspuren, früher hätte ich für einen Viertelstünder ungefähr eine Woche gebraucht, um das ordentlich hinzukriegen und um das bedient zu kriegen und jetzt, ja, wie viel Material habe ich? Sagen wir, ich habe eine halbe Stunde Filmmaterial und sollte aus einem viertelstündigen Film machen, brauche ich nochmal drei Stunden sicher. Also auch da braucht es natürlich sehr viel Kompetenz. Es ist so ähnlich wie in der Musik. Ein sehr guter Musiker, ein sehr kompetenter Musiker wird auch aus einem relativ günstigen Instrument relativ wohltönendes hervorbringen können und jemand, der musikatisch nicht sehr kompetent ist, dem nützt die teuerste Eric Clapton Stratocaster für 12.500 Euro auch nichts. Er wird trotzdem Schrott produzieren. Er spricht gerade von mir, weil ich habe diese Wahnsinns- Fender Stratocaster von Eric Clapton und produziert er nicht viel mit. Er wollte damit nur sagen, guter Musiker ist schlechter Musiker. Recht hat der Mann. Wollte ich eigentlich nicht, aber wo du es gerade so sagst, ist es mir gar nicht so ein Recht. muss ich sagen, das war ein wunderbarer Schluss, lieber Tom. Danke, dass ich mich mit dir unterhalten konnte und ich hoffe, wir haben einige Anregungen gegeben, was die Produktion von solchen Lehrvideos, Videoclips, Videopodcasts angeht. Danke. Danke.